Moin und herzlich willkommen zum Inside Fantasy Book Tag. Die liebe Franzi vom Kanal Tintenkrähe hat mich zu diesem Tag nominiert und bei Fantasy Buch Tags mache ich natürlich extrem gerne mit. Das ist natürlich mein Thema und die Fragen fand ich auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr schwierig zum Teil, musste man lange drüber nachdenken. Die liebe Franzi und auch noch eine andere liebe Booktüberin hat auch diesen Tag begründet, also selbst erfunden, der ist also niegelnagelneu und ich hoffe, dass sich dieser Tag dann auch schnell verbreitet. Ich fange jetzt an, ich habe einiges vorbereitet, habe hier die Fragen und die Antworten notiert und einige Bücher natürlich auch rausgesucht. Die erste Frage, Facettenreichtum, in welchem Subgenre der Fantasy fühlst du dich am wohlsten? Ja, da fällt mir natürlich so gleich die High Fantasy ein. Ich finde einfach toll, wie eigene Welten, eigene Magiesysteme, eigene Kulturen erschaffen werden. Aber ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, eigentlich fühle ich mich fast in jedem Fantasy-Subgenre wohl. Ich mag ja auch sehr, sehr gerne Horror und wenn Horror und Fantasy zusammen verschmelzt in Dark Fantasy, finde ich das auch ganz toll. Dann finde ich märchenhafte Fantasy, die sehr, sehr poetisch geschrieben ist, die fast schon ins Philosophische geht. Also diese philosophische, märchenhafte Fantasy mag ich auch extrem gerne. Urban Fantasy, siehe Harry Potter, Bartimeus, sowas mag ich auch einfach sehr, sehr gerne lesen. Und humoristische Fantasy, verrückte Fantasy, also es muss auch gar nicht in ein bestimmtes Genre passen. Ich mag es ja sehr, sehr gerne, wenn einfach was Neues hervorgeholt wird und nicht immer nach dem Schema F vorangeht. Deswegen, ich würde zwar High Fantasy vorne anstellen, aber viele Subgenres möchte ich mir bei der Fantasy nicht wegdenken. Deswegen kann ich euch da so einige nennen, wo ich mich wirklich sehr, sehr wohl fühle. Zweitens, vergiss mal nicht, mit welchem Buch begann deine Fantasy-Liebe? Ja, da habe ich mich ein bisschen geärgert, mal wieder, wie sehr mein Gedächtnis einen Sieb gleicht. Denn ich kann mich nicht mehr an die Reihenfolge erinnern, wie ich Bücher gelesen habe oder wann das erste Mal so, wow, Fantasy ist toll, Fantasy möchte ich noch mehr lesen. Wann das genau passiert ist, das weiß ich einfach nicht mehr. Das ärgert mich total. Aber ich bin natürlich so erstmal so ganz an die Anfänge gegangen und mir wurde eben auch viel vorgelesen als Kind und auch Geschichten erzählt. Und da möchte ich hier einmal die Märchen von den Gebrüdern Grimm hochzeigen. Das ist natürlich nicht die Ausgabe, wo mir früher vorgelesen wurde. Das waren natürlich bebilderte Ausgaben, Bilderbücher mit Märchen. Hier, das sind jetzt die Original- und auch Sammelausgabe, also wo wirklich alle gesammelten Märchen enthalten sind aus dem Reklamverlag. Aber ja, die Märchen haben da sicherlich ihr Gutes beigetragen, dass ich das Fantastische und das Märchenhafte einfach sehr, sehr gerne mag. Dann habe ich eine Reihe gefunden, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt das Buch war, was ausschlaggebend war. Ich habe als Kind sehr, sehr viele Tier- und Pferdegeschichten gelesen, bevor ich dann so in diese Fantasy-Richtung ging, obwohl Pferdegeschichten ja auch manchmal durch Zauberkräfte oder Einhörner und so weiter auch magisch sein kann. Ich habe mich jetzt aber für eine Hexengeschichte entschieden, eine Hexenreihe. Und zwar ist das Witches, Hexengirls, die Entdeckung der Kraft von H.B. Gilmore und Randy Reisfeld. Und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das sind zehn Bände insgesamt, aber als Jugendliche oder als Teenie hatte ich nur die ersten paar Bände. Und das erzählt eben von, ja, ein Zwillingspärchen, die als Babys getrennt worden sind und in ganz verschiedenen Umfelden aufgewachsen sind und sich dann irgendwann wieder treffen und feststellen, erst mal, dass sie überhaupt ein Zwilling haben und dass sie Hexen sind. Und es gibt viele Gegner, die ihnen etwas Böses wollen und es rankt sich eben auch eine Prophezeiung um sie. Und ja, dann erst mal zu erfahren, dass man adoptiert ist, eine Zwillingsschwester hat. Also es spielt in unserer Welt, hat aber trotzdem was sehr, sehr Magisches, Düsteres. Und mir hat die Beziehung und die Unterschiede zwischen den beiden total gut gefallen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Reihe, an die ich mich sehr, sehr gerne in der Kindheit zurückerinnere. Ich kann aber auch zum Beispiel die kleine Hexe von Ottfried Preußler nennen. Das habe ich damals gelesen und auch das kleine Gespenst. Ja, Räuber Hotzenplotz, weiß ich nicht, das zählt, glaube ich, nicht zu Fantasy. Aber wenn ich jetzt so diese epischeren Werke nennen könnte, die mich als erstes so gefesselt haben, dann waren das auf jeden Fall Bartimaeus von Jonathan Stroud und Aragorn und natürlich auch Harry Potter. Das war dann aber schon ein bisschen später. Aber in die Reihenfolge und wo es bei mir so Klick gemacht hat, dass ich weiß, ich bin ein Fantasy-Leser, das kann ich euch nicht sagen, das passiert vielleicht auch schleichend. Ich würde es gern wissen, welches Werk das der Initialzünder war, weiß ich aber leider einfach nicht. Deswegen hier so ein kleines Potpourri. Drittens, Abenteuerland. Ja, zunächst einmal Abenteuerland, da bekomme ich sofort ein Ohrwurm. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber da muss ich sofort anfangen zu singen. Ich versuche mich jetzt aber zusammenzureißen und das nicht zu tun. Ja, da sind mir natürlich viele eingefallen. Es gibt natürlich viele Fantasy-Welten in diesen Büchern, in diesem Genre, die man gar nicht bereisen möchte, die einfach zu gefährlich sind. Also sowas wie Westeros und so, da muss ich nun wirklich nicht hin oder Panem. Aber es gibt natürlich auch Welten, die man unbedingt sehen möchte, die auch was sehr, sehr Positives an sich haben. Und da finde ich es immer sehr, sehr schön, wenn es eben Welten gibt, die zwar Gefahren aufweisen, aber auch was sehr, sehr Schönwohliges haben, wo man sich einfach auch gerne aufhält. Natürlich kann ich nicht anders und Harry Potter nennen. Ich möchte sehr, sehr gerne in die Winkelgasse dort shoppen gehen. Und natürlich auch Hogwarts. Allerdings muss ich sagen, es heißt ja hier bereisen und nicht wohnen. Und ich glaube, es würde mir das Herz brechen, wenn ich wüsste, dass es diese Schule tatsächlich gäbe und ich aber kein Zauberer oder keine Hexe bin. Und da zwar einmal kurz gucken darf, durch Schlüsselloch schauen quasi, aber ich glaube, das würde mich viel mehr quälen, als jetzt einfach zu wissen, okay, das gibt es nicht und ich bin nicht die Einzige, die sich danach sehnt. Aber es gibt es halt einfach nicht. Ich glaube, es wäre viel schlimmer, der Schmerz zu wissen, es gäbe das und da dann einfach nur einmal zu Besuch zu sein. Aber ich wollte natürlich nicht nur eine Harry Potter Antwort geben und mir sind auch einfach noch genug andere Welten eingefallen, die ich gerne bereisen wollen würde. Zum einen die Tintenwelt von Cornelia Funke, die ist, glaube ich, auch wunderschön. Die stelle ich mir extrem schön vor, wie das mit der Flora und Fauna beschrieben wurde, mit den Elfen und mit den verschiedensten Wesen, mit der Natur. Und ich glaube, dass das eine Welt wäre, die ich sehr, sehr gerne bereisen wollen würde. Dann natürlich Zermonien, ich meine, das ist eigentlich prädestiniert dafür, einmal durchzureisen. Nichts anderes macht der Blaubeer und wir dürfen ihn dabei begleiten in seinem Lebenswerk. 13,5 Leben müssen es nicht unbedingt sein. Ich würde mich auch mit einer kürzeren Zeitspanne zufrieden geben, aber so einige Sachen würde ich da natürlich sehr, sehr gerne begehen. Unter anderem natürlich auch die Stadt der träumenden Bücher, Buchheim, muss man natürlich als Leseratte gesehen haben. Aber auch viele andere verrückte Orte in Zermonien, die einfach, ich glaube, so Mindblow-Effekte hat, die ich mir sehr gerne geben würde. Ja, das Wunderland, ich glaube, das wäre auch irgendwie so etwas Ähnliches, wo es einfach so verrückt und farbenfroh hergeht, auch wenn es nicht ganz so friedlich hergeht und die Bewohner einen ja nicht so wohlgesonnen sind. Aber auch Mittelerde, also zu den Hobbits einmal, das wäre, glaube ich, auch so ein Ort, der sehr, sehr schön wäre. Und dann, ja, bei den Hobbits drei Frühstücks und sieben Mittagessen oder so einzunehmen, sich richtig bauchvoll zu schlagen. Ich glaube, die richtige Größe für die Hobbits-Höhlen hätte ich auch. Also ich glaube, da würde ich auch sehr, sehr gerne hin. Ich gucke mal eben, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe. Ja, die unendliche Geschichte einmal so dort durchzureisen, hätte auch irgendwas Nostalgisches, weil man das so aus der Kindheit kennt. Ach, da gibt es noch so viel. Ich höre jetzt einfach mal lieber auf. Wir gehen über zur vierten Frage und zwar magische Wegbegleiter. Welches Wesen, welchen Weggefährten würdest du dir an deiner Seite wünschen? Ja, und ich glaube, da bin ich ein bisschen langweilig, so wie die anderen alle auch, würde ich jetzt hier Saphira von Eragon mir wünschen. Einen Drachen auf jeden Fall. Ich meine, ihr wisst ja, meine liebsten magischen Wesen sind Drachen. Und, ja, auf einen Drachen zu fliegen und einen Drachen dann auch noch als seinen Gefährten anzusehen und dann auch noch kommunizieren zu können mit diesem Drachen und dann auch noch so eine sehr intelligente und warmherzige Person, wollte ich gerade schon sagen, also Drachendame wie Saphira an seiner Seite zu haben, wäre schon toll. Ja, aber da das irgendwie fast alle anderen Booktuberinnen schon genannt haben in ihren Videos, wollte ich noch was anderes nennen. Ich habe mich jetzt hier auch noch für Ximerius aus Rubinrot entschieden. Das ist der kleine Wasserspeier-Dämon, der Gwendoline die ganze Zeit folgt und immer seine blöden Kommentare abgibt und, ja, für sehr, sehr viel Humor in diesem Buch sorgt. Und ich glaube, es könnte irgendwann ziemlich nervig werden, vor allem wenn man die Einzige ist, die diesen Dämon sieht und irgendwann vielleicht aus heiterem Himmel irgendwie vor Genervtheit platzt und die anderen denken, was ist mit der jetzt los. Aber er bringt auch unglaublich viel gute Laune, glaube ich, rein, wenn er immer seinen Senf dazu gibt. Und, ja, er ist trotzdem auch eine sehr, sehr treue Seele und ich glaube, es wäre ein sehr lustiger Gefährte. Und so ähnlich wie bei Saphira erging es mir hier in Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden. Da ist es kein Drachendame, sondern ein Hengst, der die liebe Vassia begleitet. Und Soloway ist kein gewöhnlicher Hengst, sondern ein sehr intelligentes, zauberhaftes Wesen. Auch Vassia kann mit Soloway in Gedanken miteinander kommunizieren. Und, klar, ich bin einfach auch ein Pferdemädchen, deswegen bin ich dann natürlich auch sehr, sehr anfällig für so etwas. Aber ich glaube allgemein, wenn man einen tierischen Gefährten hat, auf den man dann auch noch reiten oder fliegen oder sich fortbewegen kann, hat das schon etwas. Ich habe auch an Jorik Bernissen aus Der Goldene Kompass gedacht. Also sowas, ja, ein Eisbär wäre natürlich auch cool. Aber auch hier werde ich jetzt mal stoppen, bevor ich mich noch mehr in Details vergehe und noch mehr magische Wegbegleiter aufzähle. Fünftens, mystische Artefakte. Welches magische Hilfsmittel möchtest du mal gerne ausprobieren und warum? Ja, da wären wir wieder beim Goldenen Kompass, beziehungsweise beim zweiten Band, und zwar das magische Messer von Philip Pullman. Ja, und da steht schon das magische Artefakt im Titel. Das magische Messer hätte ich nämlich gerne. Das ist mir eingefallen eigentlich schon bei der dritten Frage, wo es darum ging, in welche Welten ich gerne reisen würde. Denn das magische Messer kann Fenster aufschneiden in die verschiedenen Parallelwelten oder in die verschiedensten Welten. Und da würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das Messer halt auch sehr bewusst in die Welten von Zermonien, Harry Potter und Co. schneiden kann. Und ich würde jetzt einfach mal ausschließen, dass das irgendwelche Nebenwirkungen hat, wie es ja hier leider der Fall ist, sondern dass ich einfach dieses Messer benutzen kann, immer wenn ich in eine andere Welt hinein möchte, aber auch wieder, wenn ich wieder nach Hause möchte. Und ja, das wäre ein Artefakt, was ich sehr, sehr gerne hätte. Wie cool wäre das, die verschiedensten Welten zu bereisen zu können, aber doch immer wieder sich ein Fenster zurück in die eigene Welt schneiden zu können und sich dann ins eigene Bett zu legen, nachdem irgendwann genug Abenteuer war. Ja, ich glaube, ich hätte schon gerne die Fähigkeit zaubern zu können, wie Harry Potter, weil man dann einfach sehr, sehr viel machen kann und sehr, sehr viele Fähigkeiten hat. Aber das würde ich jetzt irgendwie fast ein bisschen langweilig finden. Deswegen habe ich mir auch überlegt, das Gleiche hat auch die Julia vom Kanal Leseritter gesagt. Sie würde sehr gerne mit Tieren kommunizieren können und das wäre für mich auch ein großer Wunsch. Ich liebe einfach Tiere und manchmal finde ich es sehr, sehr schade, dass man ihnen nicht in den Kopf gucken kann oder dass man ihnen nicht etwas sagen kann, dass sie einen nicht verstehen. Das finde ich manchmal sehr, sehr schade und das wäre natürlich toll, wenn man dann mit den Tieren kommunizieren könnte. und es würde sie natürlich noch zu engeren Gefährten machen. Dann hätte ich schon ganz gerne, würde ich es schön finden, heilen zu können, auch wenn natürlich mit dieser Fähigkeit sehr, sehr viel Verantwortung einhergeht und man vielleicht darunter auch zerbrechen könnte, weil man dann denkt, oh Gott, ich könnte so viel leisten, ich muss dahin und ich muss dorthin. Aber alleine so in dem Umfeld, wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand krank wird oder so, da heilen zu können, da hätte man auf jeden Fall das Gefühl, etwas getan zu haben, etwas Gutes zu tun in der Welt, Sinn zu haben im Leben und viele schlimme Sachen abwenden zu können, vielleicht auch. Und nochmal ein sehr, sehr eigennütziger, ein sehr eigennütziger Wunsch an einer Fähigkeit wäre es, fliegen zu können. Ich glaube, das ist irgendwie auch so ein Urwunsch der Menschheit, einfach von sich aus fliegen zu können, nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln. Das wäre schon auch ziemlich toll, glaube ich. Auch wenn ich nicht weiß, ob es sich irgendwann abnutzt, wenn man die ganze Zeit fliegen kann, dass es irgendwann auch normal und langweilig wird. Aber es wäre nicht nur toll und ein berauschendes Gefühl, sondern auch sehr, sehr praktisch, einfach über Staus und sonstige Sperrungen einfach hinwegfliegen zu können. Siebtens, Kaffeekränzchen. Mit welchen Charakteren würdest du gerne mal einen Kaffee oder Tee trinken? Ja, bei mir wäre es auf jeden Fall eine Teestunde und da ist mir sofort natürlich der Hutmacher und der Merzhase eingefallen. Da würde ich mich sofort an deren verrückte Teetafel setzen und da würde ich aber noch ein paar andere Charaktere mit einladen und da habe ich mir einfach die verrücktesten und skurrilsten Figuren rausgesucht. Zum einen möchte ich auf jeden Fall Dumbledore dabei haben und ich meine nicht den epischen, ernsthaften Zauberer, sondern ich meine eher den Kindskopf in Dumbledore, der dabei sitzt. Ich finde ihn eh als Charakter extrem toll. Einer meiner liebsten Charaktere aus Harry Potter, aber eben, weil er auch so ein bisschen verrückt und selbstverliebt ist. Manche Momente finde ich einfach toll und da würden natürlich ganz viele Zitronenbonbons bei ihm auf dem Tisch natürlich neben seinem Tee stehen. Dann hätte ich gern, auch wenn das nicht aus einem Fantasy-Buch ist, das Känguru aus den Kängurukroniken von Marc-Uwe Kling dabei. Freche Sprüche und ganz viel politisches Gequatsche, aber trotzdem mit sehr viel... Ich glaube, Marc-Uwe Kling hätte ich auch gerne dabei, damit ich nicht über diese politischen Dinge reden muss, sondern denen einfach zuhören kann. Ich glaube, ich wäre bei dieser Gesellschaft eh gar nicht so jemand, der sich daran beteiligen würde, sondern ich würde mich einfach hinsetzen und mich unterhalten lassen, weil das einfach so ein verrücktes Spektakel sein würde. Und ich würde mir noch den Clou, den Piratenkapitän aus Nevernight dazu wünschen, für die schlüpfrigen Sprüche und vielleicht ein bisschen zu flirten und ein bisschen Seemannsgarn und ein bisschen Geschunkel. Das kann ja auf jeden Fall nicht schaden, wenn vielleicht die Teestunde schon ein bisschen fortgeschritten ist und man vielleicht ein bisschen Schuss in den Tee hineintut und der Pegel steigt. Ich glaube, für so etwas ist Clou auf jeden Fall sehr, sehr gut. Auch der Charakter hat mich extrem gut unterhalten und ich liebe seine Kommentare und seine Sprüche unter der Gürtellinie, aber trotzdem sein gutmütiges Gemüt irgendwie. Und ich glaube, das wäre eine sehr, sehr illustre und verrückte Runde und das natürlich im Wunderland, muss das natürlich stattfinden, direkt beim Hutmacher und beim Märzhasen. Vielleicht würde ich mir noch irgendeinen normalen Charakter dazu wünschen, mit dem ich das Ganze beobachten kann und mir ins Fäustchen lachen kann. Aber ich glaube, so wäre ich auch schon sehr, sehr glücklich. Sehr, ja, eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Achtens, vorauseilender Ruf. Mit welchem Charakter möchtest du dich lieber nicht anlegen? Ja, da habe ich mir jetzt mal ein Werk gegriffen und zwar das Lied der Dunkelheit von Peter V. Bradd. Das ist so ein Werk, eine Reihe, in der sehr, sehr viele Charaktere vorkommen, mit denen ich wirklich nicht anlegen möchte, weil viele da sehr, sehr geschult sind in Kampfkünsten. Unter anderem die Krasianer, die wirklich in Nahkampf und eben von der Pike auf an ausgebildet werden. Da haben wir Jadir, den ich zum einen sehr, sehr intelligent, aber eben auch sehr, sehr flink und gewandt im Kampfkunst ist und ja, der geht halt aber auch für seine Einstellung und für seine Überzeugung geht er auch über Leichen und deswegen möchte ich ihn ganz sicher nicht gegen mich aufwenden. Genauso wie Inevera, die noch intriganter ist und glaube ich noch intelligenter und noch undurchschaubarer und noch mehr ihren Willen durchsetzt und noch mehr skrupelloser ist. Die finde ich auch sehr, sehr unheimlich und möchte ich wirklich nicht zur Feindin haben. Ja, aber es gibt hier noch so viele andere, ob das Bruna ist, die Kräuterhexe, die ein sehr, sehr direkt, die zwar ja schon eine gutmütige Seele ist, aber sehr, sehr direkt ist und wenn du irgendwie ziemlich dumm gehandelt hast oder dumm gesprochen hast, dann sagt dir das auch im Kopf zu oder du kannst vielleicht auch mal einen Schlag von ihrem Stock einstecken. Ich glaube, sie ist eine super Gefährtin. Wenn du die auf deiner Seite hast, dann hast du sehr, sehr viel Rückenwind, so wie später auch Lisha, die ja bei ihr in die Leere geht, aber wenn du sie gegen sie hast, ja, da möchte ich auch nicht vor Ort sein. Ja, da gibt es einfach extrem viele in diesem Roman, die sehr, sehr starke, sehr, sehr stark körperlich, aber auch von den inneren Werten, wollte ich schon sagen, von der Intelligenz, genauso wie auch Abhan. Abhan ist ja eigentlich körperlich sehr, sehr fett und verkrüppelt, also körperlich wäre der vielleicht nicht unbedingt ein großer Gegner, aber auch er spinnt sehr, sehr viele Intrigen und ist sehr belesen und auch er ist sehr auf seine Vorteile bedacht und deswegen möchte ich auch ihn nicht gegen mich aufwenden. Eigentlich möchte ich die lieber alle als Freunde haben. Neuntens, Blockbuster. Dieses Buch würde sich gut als Film oder Serie eignen. Ja, da habe ich überlegt, ob ich jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen euch ein Buch zeige, aber nein, ich passe hier einfach, weil ich bin einfach kein Fan davon, dass Bücher unbedingt als Filme und Serien umgesetzt werden müssen. Klar, wenn es tatsächlich passiert und ich diese Bücher sehr mochte, dann bin ich auch sehr neugierig und es kann auch durchaus erfolgreich sein und ich finde es dann vielleicht auch toll. Herr der Ringe und auch Game of Thrones und sowas sind wirklich eine Bereicherung, aber ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn auch die Filmemacher sich eventuell mal etwas Neues aussuchen und gerade wenn ich eine Buchreihe geliebt habe oder Bücher geliebt habe, dann finde ich es immer schade, wenn mir aus meinem Kopf die Fantasywelt, die ich mir aufgebaut habe, dadurch überschrieben wird, durch den Film und ja, dass das auch ganz schnell nach hinten losgehen kann, das ist ja durchaus auch klar, dass einem da ziemlich viele Enttäuschungen aufgebürdet werden, siehe der Goldene Kompass oder Aragorn, das ist nicht immer von Erfolg gekrönt und wie gesagt, ich brauche es auch nicht unbedingt. Ich kann mir, wenn ich Bücher lese, selber ein visuelles Bild aufbauen und ich finde halt gerade in der Fantasy, wenn die Effekte und die fantastischen Elemente sehr, sehr schlecht umgesetzt werden, auch von den Effekten und von der Technik, dann kann das sehr schnell trashig werden und das kann es halt im Kopf nicht, weil im Kopf hat man keine schlechten visuellen Effekte, da stellt man sich das ordentlich vor und deswegen, ich brauche das nicht unbedingt. Ich bin zwar ein großer Serien- und Filmgucker und mache das auch täglich sehr, sehr gerne auf Netflix, aber wie gesagt, ich muss nicht unbedingt Buchverfilmungen sehen, sondern kann mir auch eigene Ideen anschauen, die die Drehbuchautoren sich ausgedacht haben. Zehntens, Geheimtipp. Dieses Buch solltest du dir nicht entgehen lassen. Ja, da fand ich es ein bisschen schwer, die Aufgabe zu interpretieren, wer sich hier jetzt welches Buch nicht entgehen lassen soll. Ich habe das jetzt einfach mal nach dem Titel der Frage, der Aufgabe gemacht. Geheimtipp. Für mich ist ein Geheimtipp von mir für euch ist dieses Buch hier, Der siebte Schwan von Lilach Meer. Erstmal finde ich das Cover unheimlich schön und es passt sehr, sehr gut zum Inhalt, denn auch das ist sehr, sehr märchenhaft und verzaubert. Wir treffen hier auf Wilhelmina, genannt Mina, die in Schleswig-Holstein 1913 mit ihren Eltern auf einem Gutshof lebt. Sie ist ein sehr verträumtes Mädchen und immer in Gedanken und am liebsten tanzt sie auf dem Dachboden zu einer Spieluhr und dort hat sie auch ein Medaillon entdeckt, wo zwei Jungen abgebildet sind, ihre Brüder. Und nachdem sie ein Gespräch belauscht von ihren Eltern zusammen mit einem sehr unheimlichen Arzt, flieht Mina in den Wald und zusammen mit ihrer Katze, die ihr sagt, dass sie nach ihren Brüdern, nach den Jungen in dem Medaillon suchen soll, geht sie halt auf Reisen und hier werden auch so ein bisschen die Sagen und Mythen gestalten aus dem norddeutschen Raum eingeflochten. Das Ganze ist sehr, sehr ruhig und sehr still erzählt, hat aber auch eine wahnsinnige Melancholie und Tragik drin, besonders wenn man sie überlegt, was da alles so hinter steckt, eben auch so ein bisschen psychische Krankheiten oder angeblich psychische Krankheiten beleuchtet wird und auch ja, ein Schwanenmärchen hier so ein bisschen verarbeitet wird. Sehr, sehr naturverbunden. Ich habe mich richtig schön verzaubern lassen von diesem Buch und das ist wirklich auch ein Kandidat, muss ich dringend irgendwann nochmal lesen und ich hoffe, dass mich das denn genauso verzaubert, aber auch ein bisschen traurig macht. Und ich hatte tatsächlich nach der Lektüre auch ein bisschen Kontakt mit der Autorin, weil ich ein bisschen was zum Ende wissen wollte, weil mich das sehr, sehr lange beschäftigt hat. Also das ist für mich wirklich ein Geheimtipp, weil ich das so gut wie nie irgendwo gesehen habe, obwohl das ja bei einem sehr großen Verlag rausgekommen ist, beim Heine Verlag, habe ich das sonst nirgendwo bisher gesehen. Und die letzte Frage lautet Vorfreude. Auf welche Fantasy-Neuerscheinungen freust du dich dieses Jahr am meisten? Ich habe dazu ja ein extra Video gemacht, wo ich euch die Neuerscheinungen aus dem ersten Halbjahr 2021 vorgestellt habe, auf die ich mich am meisten freue. Das werde ich euch mal in der Infobox verlinken. Ich werde jetzt nicht alle Bücher nochmal aufzählen. Ich habe jetzt aber ein Buch nochmal rausgesucht, was in der zweiten Hälfte erscheint. Das werde ich euch dann ja auch nochmal in einem extra Video zeigen, die Bücher, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 erscheinen und auf die ich mich sehr freue. Aber das habe ich mir schon notiert und damit sich das nicht alles so doppelt, habe ich euch das eine jetzt hier rausgesucht, auf das ich mich sehr freue. Und zwar heißt das Buch Oz von Jonathan Green. Das ist ein Fantasy-Spielbuch aus dem Mantikore Verlag und erscheint im September, ja am 6. September und ich habe ja von Jonathan Green schon ein Spielebuch gelesen und zwar war das zu Alice im Wunderland und diesmal ist es eben zu der Welt von Oz und ich glaube, dass das ganz toll sein wird wieder. Diese Spielebücher, da schlüpft man ja in die Rolle des Helden und du darfst dann selbst entscheiden, wo die Geschichte weitergeht und hast dann immer verschiedene Möglichkeiten, wie die Geschichte weitergeht. Manchmal musst du auch Rätsel lösen und ja, auch das Alice-Buch hat mir schon sehr gut gefallen. Das war eine sehr düstere Umsetzung. Ich gehe denn davon aus, dass Oz auch wieder eine sehr, sehr düstere Umsetzung sein wird und da freue ich mich wirklich sehr drauf und ich glaube, das ist auch so eine Neuerscheinung, die nicht jeder irgendwie in jedem Video erwähnt. Deswegen habe ich mich jetzt hier mal dafür entschieden. Ja, das war der Inside Fantasy Book Tag. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Franzi vorbei, die ja diesen Tag entworfen hat und vielleicht auch bei den anderen Mädels, die diesen Tag bisher schon gedreht haben. Ich möchte natürlich auch noch ein paar Leute taggen, damit sich der Tag noch ein bisschen verbreitet und ich habe mir natürlich ein paar ausgesucht, die auch sehr, sehr gerne Fantasy lesen. Zum einen habe ich mir Carly's Books ausgesucht zum Nominieren, die Steffi vom Kanal Lady of the Books, Lilliteratur und die liebe Carina Zacharias. Ja, ich hoffe, ihr habt Lust, dabei mitzumachen und ich bin sehr gespannt, was ihr da für Antworten gebt. Also, ich habe jetzt schon bei allen irgendwie gehört, dass da sehr, sehr lange drüber nachgedacht werden muss. Also, es sind nicht so Fragen, die man mal eben so nebenbei beantwortet, was ich aber auch gerade interessant finde. Genauso würde es mich natürlich interessieren, wie ihr als Zuschauer die Aufgaben und Fragen beantwortet hättet. Also, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr nicht alle Fragen beantworten möchtet, dann sucht euch einfach 1, 2, 3 aus, die euch besonders interessieren und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch natürlich noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.